Wir haben den einen Videokurs zum Thema Lernen erstellt. Nachdem Johannes und ich mit unserem Spiegel-Bestseller Mathe kann jeder bereits den Leuten den Spaß und die Motivation in der Mathematik zurückgebracht haben, haben wir uns die letzten Monate eingeschlossen und einen Videokurs zum Thema Lernen erstellt, der dir die Leichtigkeit, den Spaß und bessere Noten zurückbringen wird. Wir haben dabei Wert darauf gelegt, dass du auch verstehst, wie der Lernprozess in unserem Gehirn überhaupt abläuft. Das heißt, welche Schritte werden durchlaufen und aber auch, und das ist natürlich viel, viel wichtiger, konkrete Tools zur Umsetzung, die du sofort anwenden kannst, damit du nach dem Schauen der Videos direkt einen positiven Effekt beim Lernen merken wirst. Wir zeigen dir die Methoden, die uns zu einem Einzelabitur geführt haben, ohne dass wir 24-7 an den Schreibtisch gefesselt waren und wir zeigen dir, wie du das Wissen wirklich in deinem Langzeitgedächtnis abspeichern kannst. Und das nicht nur für Mathe, sondern für Deutsch, Englisch, Physik, Erdkunde und alle weiteren Fächer. Wenn das für dich interessant klingt, dann kommentiere einmal mit Masterclass und wir senden dir alle Infos zu deinem Early-Bird-Zugang. Und als besonderes extra bekommen nochmal alle Early-Bird-Kunden eine Live-Video-Session mit uns. Also kommentiere einfach mit Masterclass und lass es dir nicht entgehen. Lernen kann jeder, wir wollen es beweisen.